Maschinenbau, die Fachschule dazu und die Abendschule, Mechatronik, Gebäudetechnik, die Wirtschaftsingenieure und Betriebsinformatik. Du laugt ihn. Und fancy. Schmieden dabei ist ja das auch lässig. Für eine Abendschule könnte man sagen, es ist nie zu spät, dass man zum Lernen anfängt. Hot, cool und chili. Wir sind in der Playa und studieren. In der Escuela de la Tecnica. Ja. Ja. Bei 15 Jahren. Das ist korrekt. 20 Firmen aus der Umgebung. Ohne die hätte man nie diesen hohen Level da aus. Das ist korrekt. 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 Das ist korrekt.